So Leute, dann kommen wir kurz vor dem Video. Wollte ich nur immer sagen, sorry, wenn man manchmal welche im Hintergrund gehörter hat. Und einmal hat man, glaube ich, mein Gesicht so ein bisschen gesehen, wo ich die Tür geöffnet habe. Und wieder nehme ich das raus, mal gucken, weil ich das hier jetzt auch bevor ich das Video an sich schneide. Oder ich mache das in so ein bisschen schwarz oder so. Das werdet ihr da sehen, falls ihr euch wundert. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.